Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensow in der Garage. Yay, ein Lebenszeichen von mir. Wenn auch ein Lebenszeichen von mir, um erstmal ein bisschen auf Abstand zu gehen. Ich habe mir nämlich überlegt, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch manchmal so, dass manche Sachen im Leben irgendwann einfach nur noch frustrieren und die Luft sowas von raus ist. Ihr habt es ja vielleicht schon gemerkt irgendwie. Es war ja von einem halben Jahr schon mal so, dass ich irgendwie eine kleine Pause gemacht habe. Aber es ist jetzt echt so, ich bin ganz ehrlich zu euch, es ist jetzt echt so, wenn ich WOT anmache, bin ich schon, während ich in der Garage bin, total genervt und habe gar keinen Spaß mehr dran. Und genauso, wenn dieses Thema, dass du selber so wenig Spaß im Spielen hast und dass du selber so schlecht spielst und nur auf die Fresse kriegst, weil du so bockig bist, weil dich das eh alles nervt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, zieht sich das bei mir leider jetzt, wenn ich so ganz ehrlich in mich gehe, zieht sich das bei mir halt eben auch auf den Channel. Und wenn du keinen Bock hast zu spielen, hast du halt auch keinen Bock irgendwie Videos zu casten. Und hinzu kommt noch, bin ich ganz ehrlich, dass mein ganzes Modell, was ich gegründet habe, was ich gesagt habe, hey, ich will einen Channel haben, wo ich Werbeeinnahmen habe, damit ich an euch das verlosen kann. Ich wollte der erste deutsche Channel sein, der das komplette YouTube-Geld nimmt und immer in Gewinnspielen, ihr wisst ja, am Anfang habe ich ja total viele Gewinnspiele gemacht, nebenbei so ziemlich alle aus meiner eigenen Kasse. Und sprich, das war meine Idee, diese Werbeeinnahmen zu nehmen und eins zu eins wieder an euch zu verlosen. Damit natürlich, bin ich ganz ehrlich, eine bedeutend große Community irgendwann zu haben, weil es halt eben nicht normal ist, dass die YouTuber ihr Werbeeinnahmen verschenken, weil alle ja immer sagen, ja, ich verdiene damit nichts und hier und da, das lohnt sich alles nicht. Und naja, natürlich lohnt es sich und natürlich verdienen die Leute damit was, aber sie sind halt nicht ehrlich. Naja, anyway, sollen sie machen, was sie wollen. Auf jeden Fall, mein Modell hat spätestens da nicht mehr funktioniert, als YouTube vor einem halben Jahr die Logik geändert hat und man jetzt mit, sag ich mal, zwei Videos die Woche nicht mehr in den Bereich kommt, monatlich mehr als 10 Euro an Werbegeldern zu kriegen. Und damit ist mein ganzes Modell auch explodiert und funktioniert nicht mehr. Und das sind alles so Faktoren, frustrierende Faktoren, wo ich mir irgendwann halt einfach überlegt habe, ich muss mal intensiv drüber nachdenken, was ich jetzt mache. Hänge ich den Channel an den Nagel? Mache ich weiter? Mache ich mit anderen Sachen weiter? Momentan bin ich wiederum auch so ehrlich heute, komplett ehrlicher Tag. Ich habe so viele Sachen in Real Life, ich muss mir schon wieder eine neue Wohnung suchen, weil meine Vermieter einfach Arschlöcher sind und das ist alles so ätzend, was da momentan... Mein Handy ist einfach gestorben, ja, nach einem Dreivierteljahr, kann ja so ein Samsung auch mal sterben, muss ja nicht ewig halten, ja, meine Telefonkarte hat nicht mehr... Also momentan kommen vom Hundertsten ins Tausendste und ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich erst irgendwie mal eine Pause mache. Ich weiß überhaupt noch nicht, wie sich das alles entwickeln wird. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich es bis hierhin auf jeden Fall mega lustig und mega interessant fand, mit so einer Community zu agieren. Das war schon auf jeden Fall Oberspitzenklasse, aber das muss halt irgendwie auch ein Modell sein. Keine Ahnung, ich sage mal, ich habe noch einen Job nebenbei, ich habe auch ein Privatleben, ich kann nicht pro Woche irgendwie 50 Stunden in den YouTube-Channel stecken, wenn dann noch nicht mal das Endergebnis bei rauskommt, was ich mir so wünschen würde. Also dann muss man sich überlegen, dass man da was falsch macht und dass man was anders macht. Und das werde ich mir jetzt überlegen. Also wünscht mir viel Findung, viel Ideen, viele Erkenntnisse in meiner Pause, in die ich jetzt verschwinden werde. Macht's gut! Ich habe euch ganz doll lieb und mir drehen noch etwas die Augen, aber ich spinne erst mal raus. Macht's gut! Ciao, ciao!